Wir sind jetzt hier oben in der Musik. Mal schauen, was hier so passiert. Hallo Herr Schmid! Was macht ihr denn gerade? Also wir machen gerade eine Songproduktion und dafür verwenden wir gerade die iPads. Und wie findest du das? Das macht voll Spaß. Na dann wünsche ich noch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss! Wie man vielleicht gerade hört, sind wir jetzt hier wieder oben in der Musik. Und wir schauen jetzt mal, was die Streicherklasse gerade so macht. Kommt mit! Hallo! Guten Tag! Hallo! 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 Was macht ihr denn gerade? Ich bin hier in der Streicherklasse und ich habe hier einen Kontrabass. Und mir gefällt es sehr gut. Sehr schön! Und was ist so der tiefste Ton? Das ist die E-Seite. Wow! Also kannst du schon richtig was? Ja! Na das hört sehr gut an. Viel Spaß dann noch beim Üben. Tschüss! Vielen Dank. ...